Meinte Hermine Tränen erstickt. Das hat sie nicht gemeint. Kapitel 7. Enthüllungen... Was? Parexel... Parexel... Spricht man das aus? Oh mein Gott. Enthüllung par excellence. Oder stimmt das? Oh mein Gott, ich muss das googeln. Du Elender, du Verfluchter, Bissartiger, ich vermisse dich. Ja klar, verfluch ihn erst und ich vermisse dich. Ich liebe sowas.